Wir wollten beide die Wünsche unserer Mutter erfüllen. Nun stehst du und ich kann nicht mehr laufen. Hier bin ich wirklich wichtig. Selbst ein Prinz bedeutet nicht das Happy End. Ich und Paulina waren bei der Gruppe Leer geträgt. Da haben wir Bilder von der Geschichte vom Igel ausgeschnitten und haben die in so eine Reihe geklebt als Geschichte. Und dann animiert man das dann so, also nicht animiert, aber halt so, dass die Bilder dann kommen, wenn er das dann erzählt. Wir waren heute bei der Kamera und bei der Klappe. Und ich bei der Kamera, das fand ich sehr interessant, weil ich habe das davor noch nie gemacht. Und ja, also die Klappe war auch sehr interessant, weil erst mal so dieses Klappen, man hat so das Gefühl gehabt, man kann so kurz der Chef sein, wenn man diese Klappe so klappt, macht. Und ich fand es auch sehr cool, weil ich habe es auch zum ersten Mal gemacht. Okay. So. Kamera? Okay. Ton? Ton. Klappe? Szene 11, take the side. Okay, was war denn? Der Ende. So viel. Achtung, Ausnahme. Und bitte. Und bitte. Was sagen Sie hier? Ich beantrage die Änderung im Märchen. Wir haben heute geschnitten, also ich habe das erste Mal geschnitten. Und ich habe von den Interviews, das Überschüssige, was nicht so mit reinpasst, geschnitten. Okay, gleich nochmal. Hand zur Vorkammer. Alles gut. Und komm. Du hörst das fantastische Abenteuer am laufenden Band. Und niemand kennt dich, du Wicht. Oder du wurdest im Märchenbuch extrem mitbefragscher hergestellt. Seitdem ist dein Leben im Eimer. Schicke uns deine Anmerkungen, jede Geschichte des Wettbewerbs richtig zu erzählen zu werden. Meld dich bei uns. Dankeschön. Und Holger, wie läuft's? Super. Was machst du grad? Ich baue die Rezeption ab.